Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lost in Random. Wir sind auf dem Weg nach Sextopia, beziehungsweise sind da in diesem Fake Sextopia und... Ja, da dieser komische Hausmeister hat uns ja gesagt, die Königin sei mit unserer Schwester... Dort oben, das dunkle Labyrinth. Was machst du denn hier? Ich verstehe nicht, was passiert ist. Ich verstehe auch gar nichts mehr. So, 342. Ja, was kaufen wir denn? Das Teuerste, ne? Einmal und jetzt haben wir noch 132, dann kaufen wir den da noch. Zack, so, viel habe ich nicht mehr zum Kaufen. Ähm... Von daher alles gut. Vielleicht gibt es einen Erfolg, wenn man jede einzelne Karte gekauft hat. Oh boy. Oh boy. Was ist das da? What is this? Ich weiß es nicht. Was ist das? Warte mal, ich stehe mal da... Ich wollte eigentlich da jetzt grad mal schnell reinstehen. Ah, 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 ah. Was passiert, wenn ich hier drin stehe? Nichts. Ey! Beweg dich mal ein bisschen hier. Komm. Ähm... Ja, das ist okay. Wie viel was Gutes? Eine Fünf. Das ist tatsächlich was Gutes. Platzieren wir mal die Bomben. Den Bogen behalten wir mal. Dich können wir auch schicken. Und das behalten wir auch mal. Und zack. Bam, Junge. Ha! Aber sie sind nicht tot. Das ist das Problem. Get him, Dicey. Und zurück mit dir. Sehr gut. Der andere ist grad ein bisschen lost gefühlt. Lass dich mal in Ruhe hier. Hey, 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 hey. Wait a minute. Wie viel mal? Eine Sechs. Ist ja perfekt. Hand des Schattenmanns. Die Bogen. Pflanze. Und dann... Bam, Junge. Sehr gut. Na, komm. Mach mal beiden da Damage. Komm. Gut, aber nicht so gut, hm. Ey! Na, komm. Sehr gut. 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 Ähm. Ich hab'n volles Blatt. Eine Eins. Ja, ist, äh... Super. Ähm. Ja. Machen wir mal so. Komm her. Hoppala. Ähm. Kannst du mal explodieren da? Oh, shit! Ja, man. Ja, gut. Wohles Zeugs. Wohles Zeugs. Volles Blatt. Und werfen. Eine Vier. Wir machen sicher die Lanze. Machen wir so. Sehr gut. Alle zusammen. Machen wir das Würfelchen. Aktivieren den. Und machen den Kristallfluch. Und dann... Machen wir schön Damage da. Ja, okay. Das war guter Damage. Alle Deinen sammeln, bitte. Komm schon. Nee, das ist der falsche. Even. Wie viel AP hat der da noch? Komm jetzt. Ja, mach deine Kollegen kaputt. Das ist super. Kannst du jetzt aber selber auch mal drauf gehen. Hallo. Alter. Würfen wir halt nochmal eine Fünf. Okay. Äh, ich heil mich sicher mal. Holen wir was Neues. Ja, das ist okay. Ähm. Aber das Geistchen noch. Und dann... Bam. Come on, da ist sie. Sehr gut. Immer noch nicht kaputt hier. Jetzt aber. Na, komm. Ah, ah, ah. Ah, shit. Komm, Würfel. Yeah. Eine Sechs. Wunderbar. Ähm. Ja, heilen wir uns einfach mal voll. So. Das behalten wir mal. Na, komm. So, jetzt habe ich leider keine Waffe mehr. Was, äh, sehr, sehr bedauerlich ist. Hey, stopp. Oh, shit. Oh, shit. Das macht mir selber auch Damage. Warum das denn? Kommt da noch mehr von den Kollegen, oder? Nee, du wirst wohl der Letzte sein, hä? Na, komm. Und hopp. Ja, war der Letzte. Cool. Dann können wir jetzt zwei davor rücken. Ah. Das Geld nehmen wir selbstverständlich noch mit. Da ist eine Märchenbuchseite. Ähm. Ja, jetzt wollte ich gerade fragen, wie komme ich denn da hin? Mit einem Kampf. So wie es ausschaut. Oh, boy. Ähm. Okay. Kannst du mir mal die Kristalle geben? Danke. Sehr fein. Fein machst du das, Mädchen. Und mitnehmen alles. Ja. Uh, das hat sogar Damage gemacht. Wait a minute. Eine 3. Ist okay. Komm, gib mir das für... Ja. Ist okay. Behem, Junge. Come on, da ist sie. Hau ihn mal um da. So. Dann würfeln wir nochmal. Wieder nur eine 3. Das ist bedauerlich. Ähm. Dann mach den Geist, der hier schön oben durchgeht. Und dann machen wir den hier. Und dann... Zack. Okay. Ähm, Junge. Und mach den Damage. Na, komm. Komm. Jetzt müsste mein Blatt schon... Ne, sind noch nicht voll. Schade. So. Komm, geht kaputt. Ja. Wollte. Das ist gut. Volles Blatt. Dann wirf mal. Eine 5. Das ist super. Ähm. Mach mal direkt das Upgrade. Ähm. Ja, mach den mal kaputt. Ja. Wollte ich grad sagen. Oder eher mich? Ne, er ist kaputt. Okay. Ah, jetzt hat sie noch so kleine... Blöde, kleine Misspiecher. Können die mal weggehen da? Weg da, hab ich gesagt. Na los, weg da. Volles Blatt. Ja, ich will jetzt da noch nichts riskieren, weil... Keine Ahnung, wie viele Gegner da noch sind. Ah ja, guck mal. Okay. Da würfeln wir doch mal. Eine 4. Äh, wait a minute. So. So. Das können wir auch noch aktivieren. Und so. Bam, Junge. Ja. Und rein da. Das war der letzte. Sehr gut. Ne, war es nicht. Ist gelogen. Da kommt noch mehr auf mich zu, ha? Sag mal. Häme den Kristallen. Ach, meine Waffe ist weg. Das ist doof. Würfel mal noch. Eine 6. Okay. Äh, Geistlein. Von hier aus, bitte. Ähm. Neue Karte. Ja, okay. Dann mach halt die Gesundheit. Das ist okay. Und raus da. Hat er ihn getroffen? Ne, er läuft weg. Du bist ein Arschloch. Ein absolutes Arschloch, du. Na los, her mit den Dingern. Ich brauche irgendwas, um Damage zu machen. Hallo. So, jetzt müsste ich genug haben. Ja. Eine, zwei. Ist jetzt nicht unbedingt geil, aber okay. Das geht nicht. Äh, dann machen wir den Bogen. Warum erledigen wir ihn halt so. Na los, let's go. Oh, nicht getroffen. Na, komm. Nochmal 100 Münzen. Okay. Ich will jetzt aber die Märchenbuchseite holen. Hier gibt es drei Stück. Aber irgendwo habe ich mal eine verpasst, glaube ich. Märchenbuchseite. Zeit mal her. Ich habe erst fünf. Wunderbar. Danke für diese tolle Geschichte. Was ist, wenn ich hier nach oben gehe? Was haben wir hier? Du schon wieder? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Oder warum bist du schon wieder hier? 227 Münze habe ich schon wieder. Okay. Dann kaufen wir halt nochmal den Bogen. So. Und gehen wieder hier durch. Ob das jetzt der richtige Weg ist. I don't know. Ne, hier war ich schon. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich wieder am Anfang gewesen. Ja. Genau. Super. Ja, ich laufe gerne im Kreis rum. Finde ich was Cooles. Ja. Dann geht es jetzt hier weiter. Ja, hier ist auch der Geist. Ja. Super. Super du, ba du. Dann kommt wahrscheinlich auch schon bald der nächste Kampf. Was ist hier? What is this? Ist das der richtige? Ne, warte mal. Oh shit. Geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück. Ich glaube, das ist der Mainweg. Ich will aber mal hier durch. Ah, das ist gar kein Weg. Das ist nur das da. Okay. Ja, dann ist es halt so. Dann, äh... Ich bin mir sicher, diese Rohre zerbrechen jetzt dann. Ah ne, es ist nix passiert. Welch Wunder. Okay. Mal was Neues. Wo gibt's hier noch mehr Geld für mich? Hier. Ja, schön. Diese Schmiere mit den... Aha. Öh. Er ist wirklich nicht so ansehnlich, das Zeug. Das ist das alte Sextopia. Okay. Also... Okay. I get it. Du schon wieder. Ja, Manydecks. Äh... Ich hab zu wenig Kohle, um nochmal deine Dienste in Anspruch zu nehmen. Tut mir leid. I have no money. Also, du schenkst mir alles, damit ich die Errungenschaft oder so kriege. Wäre natürlich cool. Oh, das ist auch mal eine Märchenbuchseite. Okay. Die... Möchte ich haben. Und die kriege ich, glaube ich, auch direkt. Ja. Ja, easy. Märchenbuchseite. Die sechste ist das, ha? A new queen rose to power, and, knowing what the games had become, took action. In a voice tinged with rage, she decreed that all dice be forever destroyed. Using the power of her dark, six-sided companion, called the one True Dice, she attacked any of her citizens, foolish enough to protest. Und so begann die No-Dice-Ware. Super. Tolle Geschichte. Ich bin eigentlich nur am Geld interessiert. Guck mal, noch mehr. Hallo? Sag mal. Geht doch. Aber diese sieben, die... Das muss verbuggt sein. Oh, shit. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Okay. Schieß mal lieber auf deine Kollegen da. Ey, das sind aber viele, ey. Das sind viele Roboter. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Ich glaube nicht, dass das lustig wird. Aber die treffen sich ja irgendwie auch die ganze Zeit selber. Das ist dann wiederum lustig. Eine vier. Okay. Neu. Äh, super. Ähm. Ne, machen wir das große Elixier. Speichern wir das mal. So. So. Komm, schlagt euch selber. Sehr gut. So ist brav. Äh. Ja, für mich ist das jetzt halt alles ein bisschen unangenehm. Da ist sie. Hol dir das Zeugs. Komm. Sehr gut. Oh, das ist gut. Das ist gut. Der Geist. Ich habe aber nur eine 2. Ähm. Ich muss den Bogen nehmen. Weil diese 10 Schüsse. Die können verdammt viel ausmachen. Äh, 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 äh. Oh, du blöde Pudu. Guck mal. Zack. Bang. Volles Blatt. Und würfeln. Eine fucking 2. Ach, come on. Ähm. Ja, dann machen wir so. So. Okay. Nein, den, den habe ich nicht erwischt. Schade. Come on. Na los. Alle deinen sammeln bitte. Sehr gut. Und wieder ein volles Blatt. Eine 1. Fass es nicht, ey. Du bist so doof, ne? So, immer die Lanze mit. Okay. Und tschüss. Ja, knallt sie ab. Komm. Sehr gut. Macht euch selber kaputt. Finde ich super. Und zack. Und zack. Ist fertig? Nee, natürlich nicht. Okay. Ähm. Sehr gut. Oh, nee. Wollen wir fest mal. Oh, eine 1. Okay. Wenigstens habe ich die gerade gehabt. Das reicht direkt. So. Und die Hand des Schattenmanns. Wunderbare Sache. Und zack. Du bitte auch weg. Ja, guck mal. Wie viel. Der macht gut Damage, der Kollege. Mach gut Radau. Oh shit. Dicey war bei mir. Okay. Ähm. Ja. Ich müsste es so machen. Zack. Dich pinne ich mal an. Und zack. Dich pinne ich mal an. Sehr gut. Ja, jetzt ist die Lanze weg. Das ist natürlich schade. Aber ich habe einen Bogen. Eine fucking 1. Gibt es doch nicht, ey. Aber das Gift ist glaube ich noch aktiv, ne? Das Gift ist noch aktiv. Das ist super. Dann vergiften wir mal alles. Haben wir ein volles Blatt. Wieder eine 1. Ach Mann. Ist doch bescheuert. Also wirklich bescheuert. Komm jetzt. Wie etwas Gescheites. Eine 3. Ja, ist doch schon besser. Guck mal. Zack. Und dann nehmen wir den Bogen. Ja, jetzt kannst du draufhauen auf das Zeug. Ja, gut. Da ist sie. Kannst du mal dahin gehen. Oh shit. Nochmal. Komm. Oh, da ist fertig. Ist fertig. 100 Münzen. Da geht es doch nicht auf. Okay. Dann muss ich hier durchgehen. Seymour. Ist das du? Oh no. Seymour? Unser alter Freund. Seymour! Was? Ist er... Du bist alive! Oh. Ist das du sogar? Ich war nur mit meinen Augen. Seymour, deine Augen. Ich würde mich nicht interessieren über ein Nummer. Sie haben nur alle 3. Ich werde dich rausziehen. Nein, sogar du kannst nicht. Es gibt zu viele. Du kannst nie... Du kannst nie... Ich werde nicht mehr... Ich werde nicht mehr... Ich will kämpfen. Hallo? Rette Seymour. Ja, dann machen wir das doch. Komm mal, hol mal das Zeugs da. Da ist sie. Sehr gut. Komm zurück. Wunderbar. Hol da. Jetzt wurde ich noch getroffen, ey. Ja, du musst ein bisschen durchhalten noch. Weil ich bin gerade nicht so gut im Würfeln. Weißt du? Darum behalte ich jetzt den, wenn ich schon nicht so gut im Würfeln bin. Komm her. Sehr gut, machst du das. Sehr gut. Ja, das macht nichts, wenn du gerade nichts sehen kannst. Da sind andere Leute schlimmer dran als du. Einsammeln, komm. Komm. Ja, du musst doch nur treffen da. Komm. Du schwindest hier gar nichts. Guck mal. Na fucking zwei. Zum Glück habe ich den behalten, ey. So, saug die Kollegen hier mal ein. Dann machen wir die Bomben. Ne, geht nicht. Dann pinnen wir die Bomben an und machen den Würfel. So. So. Was ist mit... Ah, ne, die Bomben haben wir hier gar nicht gemacht. Null. Okay. Ist sehr gut. Und nochmal werfen. Eine sechs. Ja, geht doch. Na, Halleluja. Dann nehme ich noch den Bogen. So. Dele. Zack, Junge. Und weg da. Ah, nur eingetroffen. Schade. Schade, schade. Jetzt haben wir beide. So, der mit dem Schild weg. Ich würfel. Eine vier. Machen wir den hier. Schade, so. Okay. Ja, den können wir einfach mal losschicken. Machen wir den. Und dann... Zack. Ah, shit. Na, komm. Sammle das Zeug ein. So, ist gut. Und jetzt gehen wir da zum Pistolero rauf. Na, mein Freund. Komm mal her, ja. Ich sollte mal auf die Fresse hauen, ey. Guck mal. Ah, shit. Das war nicht so gut. Ha. So, die nächsten bitte. Kann ich hier durch? Ne. Warum auch? Ah, da unten ist er. So, mein Freund. Guck mal. I have a surprise. Eine fünf. Okay. Ähm. Machen wir dich mal so. Okay. Kommt rein. Nein. Jetzt ist die Lanze kaputt. Es ist ungünstig. Ist sehr, sehr ungünstig. Oh boy. Ich würde eigentlich gerne mehrere von euch treffen. So in etwa. Aua. Ja, ja, ja. Da ist sie. Come on. Eine sechs. Das nenne ich doch mal gut. Das nenne ich jetzt doch mal wirklich. Wirklich. Gut. So. Pack sie rein. Die auch. Pinnen wir an. Und zack. Bam. Da ist sie. Gehen wir das Zeug holen. Komm. Ja. Der heilt sie. Die heilen sich da. Aha. Also. Wait a minute. Wir machen das so. So. Dann geh mal rein da. Guck mal. Easy. 100 Münzen. You're even tougher than I knew, even. Tja. Dafür wird die Nanny bezahlen. How did you know, Nanny Fortuna caught me? Ich hab das in meinen Träumen gesehen. Aren't you sweet, even. Looking out for old Seymour, even in your sleep. She caught me in Forberg. Captured me. Tried to get me to talk about you. But I didn't tell them anything, even. Told them my name was Seymour. Not Talkmore. That's when. That's when she started taking my eyes. But what about you, even? I thought you were going home. What made you change your mind? Ach, weiss du. Dies und das. Realized what? Das Ob meine Schwester ist und mich braucht, egal ob sie gut oder böse ist. So selten Geschwister sein. You've got a good heart, even. The Queen. She's more powerful than you think. And from what I've overheard, your sister has changed. She won't be what you expect. Oh. I'm sorry, even. About all of this. We adults messed up the world and somehow it's been left to you to fix. A child sent to face off against the most twisted and dangerous being and random and it's not right. I'm sorry, I can't stop you, even. And I'm sorry, I can't help. Ja, ich brauche keine Hilfe. Ich bin einfach zu krass, um das alleine zu schaffen. Yeah. Ja, ein Typ, der Visionär genannt wird, hat mir diesen magischen Augapfel gegeben. Oh, thank you. Now, all we have to do is survive Nanny and the Queen and her minions and we'll fix everything. Let's go. Hey. Seymour, you're, you're in no condition to fight. You need to rest. I can't let you do it alone. I'm not alone. Seymour, when this is all over, there will always be a place for you in one town. Ich mag ihn, den sieht man. Ich mag ihn. Würfelschneider, ja, super. Ähm, brauchen wir nicht. Was ist denn hier noch so? Ah, hier ist ja gar nichts mehr. Da war noch ne Tür. Die ist immer noch zu. Okay. Ja. Wo muss ich denn hin? Dadurch? Von, ja, von da sind wir gekommen. Okay, dann müssen wir dadurch laufen. Das machen wir aber morgen, denn für heute ist erstmal Schluss. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.